Tach Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Fast Bad Wars auf donkeygames.net Und ja, ich hab gesagt, ich wollte auch mal wieder Explode machen, aber ja, ja, warum krieg ich hier keine Sachen? Ähm, es ist doch wieder Fast Bad Wars geworden. Äh, sorry. Aber ist auch ein geiler Spielmodus. So. Okay, da hat schon jemand Gold. Das sollte man mal in die Kiste tun. Sollte derjenige hier schön machen. Bett nicht einbauen? Ja, das wissen wir. Ähm, genau. Und äh, eigentlich hätte ich auch ge- ähm, ja, okay, er schreibt schon. Ähm, eigentlich wollte ich auch ein bisschen mehr aufnehmen, aber ich komm irgendwie nicht richtig dazu. Also, ohne dass ich sagen kann, ähm, äh, ich bin mir sicher, dass jetzt, äh, mich keiner stört oder so. So, ähm, das ist immer so das Problem ein bisschen. Ähm, genau. Jetzt werden wir schön hier wieder zumindest ein Schwert kaufen, ne? Wie sieht's aus mit Rüstung? Bissin dies, bisschen das. Naja, die paar Kupfer können wir jetzt auch noch abwarten. War's Kupfer? Nee, Bronze war's. Äh, so. Bämst. Äh, so. Nein, ach, Quatsch. So. Huh. Ja, okay. Konzentrieren müsste man sich auch mal. Jetzt ist natürlich in der Mitte schon, äh, die Hölle los. Und das, was du da machst, ist komplett dumm. Weil, wenn man schon in der Mitte ist, dann sollte man auch vielleicht versuchen, wo, ähm, das Zeug wieder mit nach Hause zu bringen, ne? Also, von daher... Ach Gott, nein! Das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Och! Hm, 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 nee, hm, meh. Das ist jetzt nicht so toll. Nee, nee. Meine Fresse, ey. Ach, das ist so dumm. Warum bauen die denn alle hoch? Die werden niemals zurückkommen mit ihren ganzen erbeuteten Sachen. Also macht's sowieso keinen Sinn. Äh, Lappen. Äh. Mensch, da hab ich jetzt keine Chance. Aber ich wollte jetzt nicht abwarten, bis nochmal Rüstung, äh, dass ich genug hab für Rüstung. Warte, wir waren rot. Ja, wir sind sogar drei im Gegensatz zu den anderen, okay. Sorry. Oh, Mann. Mensch. Oh, da oben liegt Gold. Mensch, Mensch, Mensch. Meine Stimme sollte jetzt mal nicht abkacken. Er hat wär mal auch ganz nett. Ist auch ganz nett wer... Oh. Es ist zeitgespawned, okay. Nee, 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 nee. Okay, da ist... Hat Rüstung. Warte. Ah, das ist sogar unsere Richtung. Sehr schön. Habe ich wenigstens ein bisschen Gold und eine Zeitverlängerung und Zeit... Oh Gott. Nee. Wir haben... Wir haben sogar mehr Zeit als... Naja, gut, blau hat die meiste Zeit, aber... Ja. Genau. Jetzt haben wir auch so viel Zeit. ach so und dann ist okay krass ja gut wir haben die meiste zeit würde ich mal sagen so was wollte ich machen genau im bogen und 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 genau rüstung 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 warum habe ich jetzt einmal dingens zu was soll ich damit liegt mal hier rein auch und ein besseres schwert sehr schön sondern nee da tue ich das direkt auch noch da rein und das hier und hol mir jetzt auf jeden fall ganz wichtig essen okay es hat nicht für mehr gereicht dann bräuchte ich mal hier von bitte ein bisschen was dann würde ich mir auch noch eine spitzhacke gönnen und blöcke so spitzhacke und okay jetzt mal hier alleine session blöcke 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 ein bisschen noch so genau und noch mal ein bisschen essen weil das geht ja doch sehr schnell leer da bin ich jetzt und oh gott wie afk war ich denn wie brain afk ich bin so ein idiot okay diesmal diesmal ich habe einfach nicht gesehen dass da jemand von oh wie peinlich das ist mies okay aber die anderen betten sind natürlich jetzt auch gleich alle da und das heißt ja das heißt das sollte jetzt nicht so das problem sein ich hätte vielleicht noch zwei sekunden abwarten sollen bevor ich den naja oder war der ja der wakon naja war vielleicht jetzt nicht so perfekt aber was soll's so da ist einer von uns und da sind wir ich bin neben okay geht nicht abzubauen schade ich weiß gar nicht kann ich mir damit schon den besten bogen kaufen ich glaub schon erst mal wieder was essen weil dann genau dann rüste ich mich sofort perfekt aus ist natürlich jetzt kacke ich hätte den pfeil nicht unbedingt ach doch wir haben noch gold okay perfekt perfekt jetzt sind wir ach nee es kostet nur vier gold okay krass jetzt sind wir quasi perfekt ausgerüstet außer natürlich eisenrüstung aber naja das wäre schon ein bisschen krass so da legen wir doch mal alles da rein und obwohl eigentlich wenn ich einmal sterbe dann naja okay falls es wer anderes von noch von dem team noch haben möchte kann dass ich es ja nehmen genau bis essen und bissel die ist bissel das was könnte man sich noch holen davon mischt machen die da hinten die machen nur mist ja ein bisschen blöcke okay so jetzt muss ich nur noch aufpassen dass ich nicht total scheiße bin na komm so zack 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 ein treffer wäre noch ganz nett lalalala da 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 okay der hat zwar keinen so guten bogen aber er trifft auf jeden fall und das ist nicht so gut für mich kommt er bis in die base mit seinen pfeilen ich glaub schon ja jetzt eisen holen wer zu riskant und ansonsten leu wir sind nur noch zwei der eine ist gestorben gar nicht mitgekriegt okay dann ist grün die größte bedrohung bisher ja okay grün ist in der tat die größte bedrohung aber es ist natürlich geil dass jetzt keiner ein bett hat also von daher ist eigentlich relativ ausgeglichen jetzt kommt es wirklich drauf an wie man gut taktisch spielen kann also ich werde mich jetzt mal für alles ausrüsten was so geht ansonsten sehe ich irgendwen ich glaube nicht da hinten ist wer aber ich glaube da hat jetzt kein bogen dann riskiere ich es jetzt doch mal ein bisschen eisen zu holen ja sechs stück ich kann direkt von hier abschießen wenn der jetzt stehen bleibt dann habe ich den jesus geil ja gut das war easy ja ja sieht doch ganz gut aus ist jetzt nicht so die krasseste runde aber ja relativ chillig und machbar ja ja ist auf jeden fall machbar wir haben eine gute chance zu gewinnen und ich kann mir jetzt von dem eisen ha schuhe schuhe ist jetzt natürlich nicht so das allergeilste was ich mir aber gönnen kann da wir das gold eh nicht für was anderes verwenden können hole ich mir doch einfach eine dia spitzsacke just for the lols ach nee da ist mein teampartner getötet worden mhm that na ja 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 kommen 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 irgendwie treffen irgendwie treffen irgendwie schieß ich hoch genug schieß ich hoch genug oh fuck 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 komm schon Ey, den hab ich, den hab ich. Ja gut, wahrscheinlich regeneriert er sich jetzt. Aber den, den hätte ich gehabt. Na, von wo, ach so, von da, okay. Ja, ein bisschen höher. Ja, 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 so. So ungefähr. Aber da sieht man auch mal, wie die Pfeile eigentlich immer schräg fliegen. Also, die Pfeile fliegen nicht immer in derselben Direction. Ach ja, jetzt werde ich von beiden be... Ja, sicherlich. Na, dankeschön. Ja, dann bauen wir uns hier mal einen kleinen Wall auf. Ich hoffe mal, durch die kleine Lücke beim Kaktus hier kann man nicht durchschießen. Das wär doof. Aber dann, ja, doch. Ach, der geht jetzt da hin. He, he. Der, alter, kümmere dich doch mal um den Junge. Loll. Wann hat jetzt nochmal ein Pfeil von mir getroffen? Ich hab doch gar keinen geschossen. Okay, der Grüne ist gestorben. Jetzt heißt es nur noch der Gelbe und ich. Aber dafür sieht's schlecht aus, weil ich werd locker verlieren. Oder? 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 Er geht, er geht zurück. Ah, soll ich in den Angriff gehen? Eigentlich wäre das jetzt nicht so schlau. Also, sie müssten auch noch Rüstung für Gold einfügen. Eigentlich so eine richtig geile Rüstung. Weil Gold hat man manchmal mehr als Eisen. Also eigentlich fast immer. So, der regeneriert sich jetzt wahrscheinlich immer, falls ich ihn mal treffe. Oder auch andersrum. Ich werd mich auch regenerieren müssen. Ähm. Ja. Komm schon. Komm schon. Das niekt sich jetzt auf jeden Fall da, aber... Sollte ich vielleicht ein bisschen tiefer schießen, dass ich ihn treffe? Oder vielleicht nicht mit... Ah. Schwierig. Schwierig, schwierig. Aber ich will eigentlich ungern in die Offensive gehen, weil... Ich seh's schon kommen. Das bedeutet meinen Tod. Äh. Ich kann mir ein bisschen einen Weg vorarbeiten. So. So. Wow. Äh. Vorher was essen. Ganz genüsslich. Sicherlich. Sicherlich. Ah. Okay. Das ist also die Höhe. Perfekt. Na, oder auch nicht. Ah. Nicht ganz perfekte Höhe, oder? Ja, der Pfeil fliegt halt immer minimal anders. Er muss hoch... Ich muss ihn erwischen, wenn er hochspringt. Oder wenn er da oben steht. Ja, okay. Ich laufe natürlich direkt in den Pfeil rein. Ist auch schön. Och Gott, ey. Ich bin auch ein Held, ey. Äh. Wie mein'n das? Ein Treffer und ich bin... Down. Ähm. Deswegen... Nicht... Nicht... Vertassen! So. Schade, schade. Auf jeden Fall. Das war jetzt... Ja, ein bisschen dumm halt von mir. Aber ich hab's euch ja versprochen, dass ich auf jeden Fall verlieren werde. Äh. Ja. Gut. Ähm. Dann war's das jetzt auf jeden Fall mit der Folge. Ich hab keine Ahnung, wie lange das jetzt gedauert hat. Aber... Ich würd mal sagen, wenn's euch auf... Ja, genau. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Wenn nicht, dann nicht. Und... Ja. Dann war's das. Ciao, Leute! Ja. Ja. азд박 nå.